Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity in Paris. Der Mob pöbelt hier immer noch, überall, da werden Sachen verbrannt und so weiter. Aber wir haben beim letzten Mal einige Masseneignisse gemacht, wir haben die begrünt, wir haben Leute gerettet vor Extremisten und wir haben zwei Artefakte gefunden und Truhen geplündert, einiges haben wir gemacht und das Café Theatre schon mal teilweise renoviert. So, und jetzt haben wir hier Kontakt, das ist auch eine Mission vom Café Theatre. Und hier sollen wir mit jemandem sprechen, denn da werden irgendwelche Bücher verbrannt und das wollen wir verhindern und die Bücher zum Café Theatre bringen. Mit dem Kontakt sprechen ist abgeschlossen, okay, da hinten können wir irgendwie Bücher retten. Also machen wir das, Manuskripte beschaffen. Ah, okay, da sind welche. So, den mussten wir eben loswerden. Und das haben wir und jetzt können wir uns hier die Manuskripte nehmen. Einmal haben wir. So, weiter geht's, da hinten sind noch welche. Müssen wir allerdings aufpassen, da sind nämlich Wachen. Überall sind hier Wachen. Oh, okay, der hat uns schon gesehen. Ja, den hatte ich nicht wahrgenommen, der war so nah hier. Zack, den haben wir mal. Aber jetzt sind wir hier gerade mitten in der Menschenmenge und prügeln uns hier. Ich freue mich, ich bin jetzt zweimal ausgewichen, weil der Typ schießen wollte. Und dann hat er halt noch ein drittes Mal geschossen, bzw. hat er dann erst beim dritten Mal geschossen. So, aber ich glaube, wir haben alle getötet. Oh, da hinten ist kurz ein Massenereignis, ganz kurz. Einmal hin. Das kurz machen, das geht ja schnell nebenbei. Ein paar Extremisten töten hat noch nie geschadet. Wunderbar. Seht ihr, so schnell geht das nebenbei mal eben, ja. Während der Mission kann man das mal schnell machen. So, und jetzt können wir uns da die nächsten, das nächste Manuskript oder die nächsten Manuskriptseiten beschaffen hier. Oh, haben wir noch zwei Kirschbomben bekommen, auch nicht schlecht. So, zwei von drei. Haben die noch irgendwas Sinnvolles dabei? So ein bisschen Medizin könnte ich gebrauchen. Knoblauch hatte der dabei, ja, das nehme ich auch gerne. Knoblauch ist lecker. So, Medizin war auch dabei. Warum nicht ein bisschen plündern? Ja, die verbrennen hier überall Bücher, das ist natürlich nicht gut. Das ist ein Verbrechen, das gibt es oft, ja. Wurde oft schon in der Geschichte gemacht, Bücher verbrannt. So, die Manuskripte haben wir alle. Sollen wir nur noch das Gebiet verlassen oder hier aus dem Gebiet fliehen? Ich habe nur gerade gesehen, da oben ist eine Kiste, da fliehe ich doch in die Richtung, wo die Kiste ist. Ja, und die Bücher werden dann wahrscheinlich ins Café Theater gemacht und machen das Ganze wieder ein bisschen schöner. Insofern hat das sogar einen guten Zweck, dass wir die gerettet haben. Steht mitten auf dem Dach eine Kiste, auch nicht schlecht. Dann nehmen wir die doch mal mit. Die steht hier so einsam rum. So verloren, die arme Kiste, wir kümmern uns um dich. Komm her. Sind schön die Kisten, die haben die echt verschönert. Ich weiß noch, bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel sind die ja wirklich einfach nur so kleine Holzkistchen, aber hier sind die wirklich richtig schön gemacht. So, und damit haben wir die Mission fürs Café Theater erledigt. Mehr Renovierungen und so und dann genau, jetzt haben wir hier also eine Renovierung bekommen, nämlich die Bücherregale und ein bisschen Geld. Hat sich also gelohnt. Ja, das werde ich jetzt auch weitermachen. Wir werden erst einmal das... Oh, da ist unten schon wieder ein Ereignis. Ist ja wirklich immer und überall sind da Ereignisse, ha? Schnell nach unten. Oder vielleicht können wir auch schon von hier einen Attentat machen. Ne, können wir noch nicht. Zack. Den haben wir. Und was ist mit dem hier? Schön. Sechs von zehn. Also das geht so schnell. Genial. Es ist halt auch fast immer dasselbe, nämlich irgendwen töten, Verbrecher oder Diebe rammen oder sowas, aber... Oder Leute retten. Aber macht ja nichts, mir macht das Spaß. So, jetzt haben wir hier... Wie läuft er denn? Ach du Scheiße. Jetzt haben wir da hinten noch ein Ausrufezeichen. Da laufen wir einfach in die Richtung, würde ich sagen. Ach so. Moment, jetzt laufe ich gerade mitten ins Schwergebiet. Das wollen wir vielleicht nicht. Das wollen wir vielleicht nicht machen. Laufen wir lieber drum rum. Ist besser. Hier ist auch wieder so eine Seite, von der ich noch nicht verstanden habe, was die bringen. Das Journal de Paris. Ne, aber wir laufen... Warte mal, jetzt kann ich mal eben auf die Karte schauen. Ups, das wollte ich gar nicht hier. Das sind irgendwelche Zeitungen oder sowas. Da können wir auch lesen. Wahrscheinlich, was so momentan passiert. Ich glaube, das ist das. Wir können wahrscheinlich sehen, was so in der Gegend, in der Stadt los ist und was hier so politisch passiert. Das würde ich vermuten. Aber was ich machen wollte, ist auf die Karte schauen. Und da sehen wir nämlich zum einen, was zum Beispiel hier ist eine Pariser Geschichtenkisten. Dann ist da eine, ein nicht renovierter Gesellschaftsklub. Und die können wir ja auch kaufen und so expandieren. Das war ja das, was sie gesagt hatte. Das sind einfach wichtige Gebäude hier. Saint-Chapelle. Palais de Justiz. Und dann sind da noch Gebäude, die wir kaufen können. Aber was ich gerade suche und noch nicht finde, doch, da ist es. Das Café, Theater, da möchte ich hin. So, 500 Meter, ja genau. Wir müssen dann wieder ans andere Ende der Stadt. Wir waren hier sonst viel weit gelaufen, um das zu, um den Kontaktmann zu treffen. Und da ist schon wieder ein Ereignis. Den haben wir. Alles gut, ich habe den Dieb. So, und wieder eine geschafft, oder? Genau, sieben von zehn. Bis wir da hinten ankommen, die 400 Meter, haben wir doch alle zehn wieder. Und dann gibt es wieder Kohle. Beim ersten Mal mussten wir nur fünf schaffen, jetzt müssen wir schon zehn schaffen. Vielleicht werden es immer mehr, dann dauert es natürlich immer länger. Aber solange man da schöne Belohnungen für kriegt, warum nicht? So, wo ist die Kiste, die ich sehe? Ach, steht direkt hier auf der Straße. Ja gut, die nehmen wir eben mit. Wenn die schon so schön auf der Straße steht, zum Bedienen, so zum Mitnehmen. Schild dran. Wer will, bedient sich. Aha, wir haben zusätzliches Einkommen. In der Truhe befinden sich jetzt schon 95 Livre. Dann sollten wir auf jeden Fall mal dahin. Aber wir sind ja sowieso schon auf dem Weg. Was ich jetzt gerne wüsste, ist, ob ich die blauen Truhen mit meinem Schlossknacker-Lehrling schon öffnen kann oder nicht. Scheint nicht so. Na gut, dann halt nicht. Also wir haben ja Schlossknacken auf eins. Aber dafür reicht es anscheinend noch nicht. Die weißen sind ja gar nicht verschlossen. Die roten werde ich wahrscheinlich noch nicht öffnen können. Aber die blauen auch nicht. Dann frage ich mich, welche kann ich überhaupt öffnen? Oh, ich habe was entdeckt. Einen Aussichtspunkt. Den holen wir auf jeden Fall. Wir haben nämlich bisher kaum Aussichtspunkte. Muss ich einmal hier durch die Menschenmassen? Sorry, einmal durchlassen bitte. Einmal durchlassen bitte. Oh, da ist noch ein Massendings. Auch gut, machen wir. So, wollt ihr gegen mich kämpfen oder wollt ihr mit mir kämpfen? Ne, ihr wollt mit mir kämpfen. Ganz gut. Acht von zehn. Ich sage ja, bis wir da hinten ankommen, haben wir es voll. So, hier ist irgendwie eine Treppe oder sowas. Können wir hier nach oben oder nach unten oder was? Können wir nach unten? Ich will aber nicht nach unten. Ich will ja nach oben auf den Aussichtspunkt. Also das ist irgendwie ein Eingang in die Unterwelt. Aber wir wollen ja hier auf den Turm. Also müssen wir hoch. Einmal an der Kirche hochklettern. Aber wobei, jetzt hänge ich hier natürlich in der Tür fest und komme nicht weiter. Müssen wir mal ein bisschen an die Seite vielleicht. Hier sollten wir hochkommen, oder? Das sieht schon besser aus. Meine Güte, das ist aber ganz schön hoch, das Ding. Das wird ein bisschen dauern, bis ich ganz oben bin. Aber dadurch, dass er so schnell klettert, geht's auch wieder. Ach, und jetzt läuten die Glocken. Gerade jetzt, wo ich hier bin. So, hier komme ich nicht weiter. Also versuchen wir es mal da über das Holzgerüst. Hier vielleicht hoch? Seht das gut aus? Das sieht gut aus. Aber hier geht's wieder nicht weiter. Und hier auch nicht, oder? Ne. Na gut, dann schauen wir mal. Vielleicht hier über den kleinen Balkon. Alles zu, alles zu. Welche, auf welchen Turm wollen wir denn überhaupt? Auf den hier wollen wir. Aber der ist, ähm, da ist nichts zum Hochklettern. Ich suche noch. Irgendwo muss es doch hochgehen. Oder nicht? Ist jetzt gerade unten irgendwie Gottesdienst und singen die in der Kirche, oder was ist da los? Da oben ist er doch. Wie komme ich denn da hoch? Bin ich blöd? Er kommt hier nicht hoch und er kommt hier nicht hoch. Das ist doch viel zu hoch für uns. Wie sollen wir denn da hochkommen? Wenn das überall so ist. Und nirgendwo ist es offen. Ich muss mal ein bisschen... Wartet mal, wir schauen mal ein bisschen von hier drüben. Alles glatt. Keine Möglichkeit. Die Schotten sind zu. Vielleicht geht das auch nur zu einer bestimmten Tageszeit oder sowas? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen. Aber hier ist alles zu und da kommt man nirgendwo hoch. Auch hier. Keine Chance. Ich vermute mal, das kann momentan gar nicht gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es nur zu einer bestimmten Tageszeit geht. Oder ich weiß gerade einfach nur nicht, wie es gehen soll. Aber hier komme ich nicht hoch. Ja, schade. Ich dachte, den Aussichtspunkt könnten wir holen. Dann halt nicht. Müssen wir dann mal anders machen. Ne, ich sehe es noch nicht. Na gut, dann laufen wir weiter. Macht ja nichts ein andermal. Ja, oder vom anderen Turm. Jetzt, wo ich es gerade so sehe, lass das mal versuchen. Eine Chance gebe ich ihm noch. Vielleicht von dem anderen Turm rüber. Die Theorie mit dem, vielleicht ist es nur einmal am Tag offen oder so. Das wäre zwar auch, wenn ich, richtig interessant. Wäre nämlich was Neues. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht kommen wir hier irgendwie hoch. Ja, ja. Und dann von dem Turm muss man wahrscheinlich auf den anderen springen. Also richtig raffiniert gemacht. Aber das ist ja super. Wenn das jetzt klappt, dann bin ich auf Freude. Dann finde ich das richtig gut. Pass auf. Wenn wir jetzt hier rüberkommen, über den Mast. Bestimmt. Jawohl. Sehr schön. Das ist es. Man muss nur mal ein bisschen nachdenken. Genial. So, und jetzt können wir auch hier den Aussichtspunkt holen. Und das ist auch einer der höchsten Türme hier, würde ich sagen. Guckt euch das an, diese Aussicht. Die Stadt ist gigantisch. Ich meine, gut. Paris ist halt auch fast die einzige große Stadt in Frankreich. Insofern muss dann zumindest die auch ziemlich groß sein. Aber genial. Genial. Was ne geile Kirche. So, Kinders. Das hat doch noch geklappt. Sehr schön. Und damit haben wir auch hier ne neue Schnellreise. Und jetzt können wir den gigantischen Jump machen. Hier, pass auf. Wuhuuu. Yeah. So. Sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Hat sich gelohnt. Der kleine Ausflug an die Spitze. Jetzt haben wir nämlich hier auch einen besseren Überblick über die ganze Region. Wie viele Jumppunkte haben wir eigentlich? Drei. Okay, dann warte ich noch ein bisschen. Ich will mal vier oder so haben. Dann kriegen wir nämlich Doppelattentate. Die wollte ich auf jeden Fall mal freischalten. Die sind mir nämlich wichtig. Doppelattentate möchte ich machen können. So, jetzt sind es auch nur noch 100 Meter. Und dann sind wir da. Ich vermute nur, wir müssen noch über den Fluss. Kann das sein? Über die Seine. Aber wenn wir hier... Doch, hier müsste es ja gehen. Da ist eine Brücke. Ja, da ist eine Brücke. So ein bisschen kennt man sich ja dann auch irgendwann aus in der Stadt. Aber bei so einer riesigen Stadt, da dauert das lange, lange, bis man da wirklich mal so ein bisschen groben Überblick hat, wo was ist. Ich war zum Beispiel auch noch nie in Paris. Insofern habe ich von daher auch nicht so die Ahnung. Aber wenn ich dann irgendwann mal in Paris sein sollte, dann werde ich mich erinnern. Dass ich das doch alles schon gespielt habe. So, die Bücher haben wir gerettet. Jetzt kann ich mal eben schauen. Aber wir haben sogar schon ordentlich Besuch hier. Guckt euch das an. Dadurch, dass wir ein bisschen renoviert haben, ist ja schon einiges los. Ausbesucher an jeder Ecke. Es geht nicht um die Methode, sondern um die Strafe an sich. Sagt ihr tatsächlich, wir sollten Feinden der Revolution gegenüber milde sein? Ich glaube nicht, was ich da höre. Jedes Menschenleben ist heilig. Wenn wir die abschlachten, die gegen uns sind, worin unterscheiden wir uns dann noch von Tyrannen? So, mal eben hier die Truhe plündern. 95, achso doch, es hat sich schon erhöht. 380 ist jetzt das Maximum. Und 95 haben wir hier verfügbar. Nehmen wir natürlich mal raus, das ganze Geld. Ein hübsches Sümmchen. So, 95. Jetzt können wir hier nochmal reinschauen. Andenken, 7 von 8. Wartet mal, nochmal zurück. Renovierungen, 2 von 5. Und die Mission, da haben wir auch die erste schon gemacht. Und das Einkommen ist jetzt auch 95. Wir haben das also schon ordentlich gesteigert. Vielleicht machen wir tatsächlich noch die nächste Renovierung, nämlich die Fassade. Weil wenn es von außen schön aussieht, das sollte auf jeden Fall was bringen. Kostet ganze 1000, aber wir haben ja auch noch 2800. Und ich meine, wir können ja dann immer noch später für unser eigenes Equipment sparen, für Ausrüstung, für Waffen. Erstmal muss man doch irgendwie auch ein bisschen was ansammeln und ein bisschen Einnahmen überhaupt erstmal aufbauen, bevor man dann für sich selber spart. Also wird das Geld wieder investiert und zwar in die Fassade. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Oh, sehr schön. Der Brunnen wurde renoviert. Das ist super. Und, äh... Genau, jetzt haben wir die Verschönerung und eine Café-Theater-Mission wurde auch freigeschaltet. Und dann beim nächsten Mal brauchen wir 5000. Das ist aber dann auch schon die vorletzte Renovierung. Insofern, jetzt würde ich gerne mal von außen schauen, ob man das auch erkennt, dass sich das verändert hat. Und dann machen wir natürlich auch die nächste Mission noch. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt mir nicht vorher angeguckt, aber es sieht schön aus auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir nehmen bei ihr noch direkt die nächste Mission an. Na, dann haben wir das... Muss ich denn das Level 2 haben oder kann ich die 2-Sterne-Mission auch mit einem Diamanten machen? Das ist halt die Frage. Ein Assassinen-Kontakt hat berichtet, dass die Informantin Colette womöglich enttarnt wurde. Arno muss herausfinden, ob das der Fall ist. Falls sie tatsächlich in Gefahr ist, muss er sie in Sicherheit bringen. Und dafür kriegen wir eine neue Terrasse. Wir versuchen es mal. Vielleicht dürfen wir das ja schon machen. So, neues Ziel, den wird finden. Das ist eine schwierige Mission, hat er mir gesagt. Und ich soll meine Fähigkeiten erst verbessern. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach so. Wir versuchen es mal. Nur jetzt sehe ich gerade, das ist fast ein Kilometer weg. Und das ist ziemlich weit. Haben wir irgendwo eine Schnellreise, die uns das verkürzt? Wir sind nämlich da. Und wir können zumindest hierhin reisen. Wenn wir da die Schnellreise hätten, wäre natürlich besser. Haben wir aber noch nicht. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als hierhin zu reisen. Und das ist das nächstgelegene. Dann haben wir uns zumindest ein bisschen was gespart. Weil so müssten wir einen ganzen Kilometer laufen. Wenn wir da jetzt hinkommen, vielleicht ist das ein bisschen weniger. Wir schauen gleich mal. Weil es ist wirklich lang. Wir mussten ja eben 400, 500 Meter laufen. Das hat schon lange gedauert. Und jetzt fast einen Kilometer. Das sind wirklich große Abstände hier. Relativ eins zu eins umgesetzt, habe ich das Gefühl. Insofern ist die Schnellreise schon eine gute Option. Nein, wir machen diese Café-Theater-Missionen Spaß. Ob es jetzt Hauptmissionen ist oder nicht, sehr egal. Ach so, wir werden tatsächlich hier oben rausgelassen. So, wie weit ist es jetzt noch? Noch ein Kilometer? Nee, okay, 200 Meter haben wir uns gespart. Dafür habe ich jetzt das Problem, dass ich hier oben auf dem Kirchturm stehe. Aber wir können ja hier runter. Und jetzt einfach weiter. Na, ein bisschen was haben wir gespart. Immerhin. Komm. So, 650 Meter noch. Die müssen wir jetzt halt irgendwie zurücklegen. Und dann können wir nämlich aber, wenn wir auch, wenn wir da in dem Gebiet sind, wo die Kontaktperson ist, beziehungsweise wo die Informantin ist, die vielleicht entdeckt wurde. Wenn wir da in dem Gebiet sind, dann holen wir da den Aussichtspunkt direkt mal, wenn wir da sowieso sind. Und dann können wir da beim nächsten Mal auch per Schnellreise hin. Weil hätten wir den jetzt schon, könnten wir ja per Schnellreise hin, aber haben wir noch nicht. Insofern holen wir den dann jetzt. Kann ich ins Wasser springen oder ist das zu weit? Das ist, glaube ich, zu weit. Sonst würde ich von hier aus ins Wasser springen. Nein! Ich glaube, ich sterbe. Ja, das war, also so einen halben Meter vom Wasser bin ich aufgeklatscht. Das war nicht so gut. Ein Versuch war es wert. Er kann ja so weit springen teilweise. Da kann man ja auch hoffen, dass er bis ins Wasser kommt. Aber das hat nicht ganz geklappt. Na gut, dann müssen wir zu Fuß weiter. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen was gespart. 500 Meter. So, da ist eine Brücke. Da können wir rüber. Wir müssen ja wieder über die Seine rüber. Und da sind auch überall diese Symbole. Von so Wimpeln oder sowas. Mal eben schauen. Ist das da oben oder wo? Was kann das? Was bringt das? Ach, da drin. Irgend so eine... Was ist das? Eine Kukarde. Eine von zwölf in diesem Bezirk gefunden. Okay, ist wahrscheinlich sowas wie die Federn bei Assassin's Creed 2 oder was auch immer. Also man kann ja immer irgendwas sammeln. Ein Verbrecher. Den habe ich. Neun von zehn. Noch eins. Dann haben wir es. Schaffen wir auf jeden Fall jetzt unterwegs. Ich denke, in ein paar Metern sollte uns wieder das nächste angeboten werden. Sehe ich gerade, hier ist wieder irgendwas. Eine Seite oder sowas. Mal eben schauen. Wir gehen mal eben nach oben. Man hat aber auch immer und überall irgendwelche Möglichkeiten, Sachen zu sammeln, Sachen zu entdecken. Man kommt gar nicht dazu, von A nach B zu laufen, weil man immer wieder abgelenkt wird. Nostradamus-Rätsel. Widder. Schwierigkeit drei. Sehr schwierige Mission. Okay, das sind nochmal extra Missionen. Schon wieder extra Missionen. Irgendwas mit der Nostradamus-Scheibe. Also es wird immer abgefahren hier. Aber die machen wir dann auch irgendwann anders mal. Aber gut zu wissen. So, mal eben schauen, was das hier kostet, das Gebäude. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ah, okay. Wir wurden erstmal entdeckt. Von einem Extremisten. Ja, dann soll der mal herkommen. Dann kann ich den eben loswerden. Café de Ventre de Paris. Wollen sie dieses Café renovieren? Kostet 1000. Und dafür kriegen wir dann auch mehr Einkommen im Café Theadre. Genau, wir können explodieren. Das war ja das, was Monsieur, Madame Gouset, oder wie sie heißt, gesagt hat. Ja, dann machen wir das mal. Dann explodieren wir jetzt schon. Und kaufen hier das nächste Café. Dann sind wir nämlich schon zweifacher Café-Besitzer. Ja, ist doch schön. Finde ich gut. Und so bauen wir nebenbei uns ein kleines Imperium auf. Dieser Gesellschaftsklub gehört jetzt uns. Und die singen hier. Okay, schön. Ist doch gut. Da sind auch drei neue Aufträge und so. Also, das werden wir auf jeden Fall machen. Unser kleines Café-Imperium aufbauen. Und so, die müssen wir loswerden. Und damit sollten wir auch schon alle zehn Massendinger wieder fertig haben, oder? Und da ein bisschen Geld für kriegen. Vielleicht kriegen wir das wieder rein, was wir gerade fürs Café ausgegeben haben. Zehn von zehn. Sie hatten ein maßgeschneideter Lauerer-Umhang. Ach so, wir kriegen jetzt ein Item als Belohnung. Ja, da muss ich dann demnächst mal schauen, was das kann. Aber lohnen tun sich die Aufträge ja schon. Wir kriegen Geld, wir kriegen... Wir kriegen Geld, wir kriegen Ausrüstungsgegenstände und was weiß ich nicht alles. So, noch 280 Meter. Ah, hier ist wieder eine von diesen Kokaden irgendwo. Ach, da oben. Ja gut, holen wir eben... Wie gesagt, das war ja das, was ich meinte. Man läuft nur ein paar Meter und ist schon wieder irgendwo abgelenkt, dass man irgendwas sammelt. Irgendwas mitnimmt. Aber ich finde es super. Mir macht das richtig Spaß. Ich mache das auch gerne, sonst würde ich es nicht machen. Dieses ganze Gedöns hier. Kokaden einsammeln, was weiß ich nicht alles. Kisten plündern. Verbrecher töten. Das belebt doch auch das Spiel, dass man nicht nur von einer Mission zur nächsten... rennt, sondern zum Beispiel auch ein paar Diebe rammt. Komm her, du. Hab dich. Und müssen wir jetzt 15 machen oder müssen wir wieder 10 machen? Ja, genau. 5, 10, 15. Es wird also immer mehr. Und da haben wir auch schon wieder das nächste, nämlich ein Artefakt. Ich sage ja, man kommt zu nichts. Aber macht ja nichts, macht ja Spaß. So, wir werden mal eben hier runter. Da ist es schon. Gut, das war jetzt nicht so schwer zu finden, immerhin. Und ist das jetzt das dritte? Nee, eines von vier in diesem Bezirk. Also im anderen Bezirk haben wir zwei von drei. Und hier haben wir jetzt eins von vier. Es gibt also in jedem Bezirk eigene Kokaden. Es gibt in jedem Bezirk eigene Artefakte. Es gibt Nostradamus-Missionen. Es gibt Cafés und Café-Missionen. Es gibt vieles. Wirklich vieles, was man machen kann. Da ist wieder so eine Assassinen-Mission. Aber wir sind jetzt auch gleich bei der Informantin. Wir sollen ja den Gastwirt, beziehungsweise nicht bei der Informantin, genau. Wir sollen ja den Gastwirt finden und den belauschen, ob der sozusagen die Informantin von uns auch verdächtigt oder ob die noch nicht aufgeflogen ist. Das ist das, was wir herausfinden wollen. Ich suche nur gerade die Kokade. Werden die hier auch angezeigt? Ja, werden sie. Da drüben. Andere Seite. Immer mitnehmen sowas. Immer mitnehmen. Wenn man eh dran vorbeikommt, dann muss man später nicht mehr mühsam hinlaufen, sondern dann hat man es schon. Wo wir gerade hier sind, nehmen wir auch noch die Kiste mit. Die hier irgendwo sein müsste. Ja, siehste. Wunderbar. So, und da wir jetzt schon Überlänge haben, 2 von 40 Truhen in diesem Bezirk, würde ich sagen... Ey! Pack mich nicht an. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Wallet aus Assassin's Creed Unity. Bis dahin. Bye, bye.